so aufhören läuft es muss nicht nur in deinem meistens nach scheißegal ich nehme auf jeden Fall schon auf ich werde das wahrscheinlich schneiden auch scheißegal ist und kurz erst ausgemacht die Hände das liebte sowohl Reusperreusper um ich werde mir danach was zu trinken holen mitten ich bin ich nehme schon auf also als als er als mehr kann man entweder was nehmen oder high rise das werden so zwei und als spiel im zuvor frei für alle bitte als spiel nimmst du bitte frei für alle alles klar meine klassen müssen passen und unterhalte du meine zuschauer während ich mir was zu trinken holen m so hallo ich muss hier selber jetzt ein bisschen überlegen als ich verlande das kann man gefragt um k hat mir das Knie gestoßen beide sind wir drin ich bin bereit und starte ja schön ist es noch lange nicht Alter du hast die Spielerlobby geschlossen bei mir schon so ich bin drin übrigens mein Name Lukas Aka der Let's Play Movie ist ja allseits bekannt kannst auch meinen Kanal verlinken damit man da kommt ich verlinke auch deinen das passt dann schon irgendwie so es lebt und es lebt das passt jetzt auf die Richtung rein mir ist voll kalt geworden bei mir ist auch der Heizkörper aus bei mir ist es gerade mal irgendwie ähm 20 Span ich hab 45, 45 ja du hast auch ein PC boah ich hab ein Elektronenrechner Bier Pro hier ich kann mal versuchen mitten im Spiel Set zu drücken dass der Chris und Third das ist ja eigentlich kein Let's Player der nimmt ja nicht auf ähm ja genau der macht irgendwas was Techman ja ach so ja du rück mal Set und sag ihm noch was ähm hallo ich bin hier warten auf Verbindung 23 bist du schon ins Spiel drin eigentlich? ähm ne okay okay dann ich muss mir wissen alle warten bis der Host im Spiel drin ist so warten auf Verbindung ach ich ich hasse dich ich muss jetzt wieder ins Spiel reintreten so jetzt geht's um boah ich glaub da muss ich irgendwie mit Contase oder so schneller machen Junge dein PC hangt episch ja schau Beitritt zur Spielersitzung Versuch 20 es haut mich gleich wieder raus ach Verbindung zum Host konnte nicht hergestellt werden ja warten auf andere Spieler so äh jetzt lade es lädst bei mir grad und naja super was ist hast du hast du frei für alle gemacht? ja Chris ist richtig drin und ich wundere warum ich Herzschlag so hab und ne das leckt ne bei mir leckt es überhaupt nicht okay okay alles klar so Chris ist drin sauber sauber dann sag mal hallo hi hi ach servus sag mal servus oh Gott bin ich schlecht ha du bitch hallo kannst du mich hören wie viel sind okay ich wurde abgeschossen so jetzt was claim natürlich das kann ich Claimer nehmen war das sagt das das sagt doch niemand ich spiele hier auf Höhe hoch hohes Niveau du wirst nicht wundern wo du mich Herzschlag sind ich hab noch nicht klopfen mach ich hab kein Messer so scheiße sorry mei er ist auch scheißegal na nam nam da war das war war ja ich ist ja das sieht man wo kamen der her bittschlitz ist es gut ich hätte wieder das messer ein auf sagt man bin ich schlecht weil dein internet leckt leckts bei uns allen warte mal nee das war notwehr und hättest du mich gekillt aber mal war okay jetzt machen wir mal so einen epischen jam ich habe übrigens schalldämpfer auf meiner snipe oben jesss wat da fack war richtig ich habe die kleber voll unten gesetzt aber war mal komm her komm her hat gott nein scheiße ich beobachte das fuck was ist da los ich bin auf 6 jetzt freust du dich wo ist denn da christian mein intervention ist mit so ein komischer man kann auch keine gold waffen haben im mw2 was mich ein bisschen aufricht ich bin ich bin ich bin oh man bin ich schlecht man bin ich schlecht nein was soll das denn ich habe gerade so ein aggro kitty gekillt scheiße war mal nur snipe sagtest du was was ich habe doch nichts gemacht komm ich nehme ich nehme ich war kurz vor dem abzug das war in die weichteile rein so jetzt habe ich aber ein messer wer hat es hier die ganze zeit geohnt was ist das denn ja der chris ist gut ja würde ich auch mal meinen einer man ich muss nie sitzen fuck man ey immer wenn ich kurz vor dem abdruck boah verdammt ja du kommst auch nicht zum abdrücken was haben wir hier einen banner yes ich habe voll ins mikro geschrien so einen feind ähm du naja ich bin gerade nicht der beste hast du eigentlich die abschlussserien drin nein hab ich deaktiviert ach so ob das jetzt gut war die idee verdammt ich bin nicht unbedingt gut naja es geht stirb eines tages wird er da kommen wo ich mit meinem messer treffen werde fuu junge ja der geht relativ ab aber ich bin besser als du und das ist mir wichtig verdammt das das sitzt er da oben und macht nichts zu spät verdammt hast du jetzt eigentlich die intervention oder die barrett ich hab jetzt keine intervention ich hab doch barrett ich hab doch barrett weil ich kann noch nicht klassen editor ja klar ich hab so dass die leichte tendenz dass er tatsächlich gewinnt ja klar ich bin 23 du bist 23 und ich bin 8 und ich bin 8 was soll da verdammt ich wollte eigentlich ihn treffen nicht dich du bist hier das Opfer war das gibt's doch nicht ich sagte du bist das Opfer und du kielst mich noch ja klar verdammt Thema was nices auf die Reihe stellen nein nope hier wäw wäw wäwbles у hammer bauow wäw 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 bam ich habe wieder someone erguck sorry verdammt ich trif immer dich nie den kriss ja klar also hast du ihn und ich hab kein messer mehr Wurfmesser darf ich werfen, das gehört zum Sniper-Dwell dazu, das ist seit Jahren eine alte, ja, jetzt hab ich den Chris gekillt, und du gammelst, achso, ja, das passt schon. So, wen haben wir denn sonst noch hier irgendwo, oh Gott, ich fühl mich so bedrängt. Lol, ha, nice, wer camped denn da oben rum? Ich camped nicht, ich tu nur so. Ja, das taktische ist Warten, ohne Verfallsdart, und ich hab grad eine Dreier-Serie. Und du bist das Schlechteste. Verdammt. Zu spät. Hier kommen nur meine Pro-Kill-Cams. Wo bist du? Verdammt, schauen wir uns die mal an. In der Luft. Naja. Hat man gar nicht gemerkt. Chris, brauchst nur noch zwei Kills, pass auf. Wie killst hast du denn eingestellt? Und wieder hab ich dich gekillt, das gibt's doch nicht. Alle sind doch immer gekreist, bis zu gekreistet. Hallo. Wir müssen uns zusammentun, wir campen, ey. Ich camp grad. Let's be kill Prick. Ha! Ich hab ihn. Let's be kill Prick. Er, nicht ich. Ja, ich mein... Da ist er, da ist er, ich hab ihn. Komm her. Ich tu dich voll weg, Quickscopen. Was hab ich denn hier? Eine USB. Natürlich. Da ist einer! Da kämpft wie das so'n... Einer rum. Äh... Hast du Chris gesehen, im Moment, als du hier bist? Ja, ich hab ihn. Ha, ha, ha. Mit Schotter? Ey, du bist so wunderschön. Ha, wie geil war das. Wie geil war das? Das war... Ja, das war... Ja, das war... Wo ist denn der? Der kämpft das sicher rum. Ey, ich bin da schlecht, dass du was sollst, denn. Das ist unvermacht. Ja, ja, wir sollten einen anderen Spieler reinholen, denn noch schlechter ist als du. Happy, der versucht zu trickshot, dass wir dich gut. Ja, wir müssen ihm last killen, muss ich dann auch gleich trickshotten. Nein. So knapp einen Double, Junge. Ich glaub, der Trickshot ist schwer... Ja, du brauchst nur noch zwei Kälte, dann musst du trickshotten. Ja, ich weiß. Bist du das? Ja, klar. Wer würde sonst mit der Barrett rum... gammeln? Warte mal. Das kann mit dem... Ich hab noch, ähm, ruhig, trickshotten bis dahin. Haha, nice. Junge, hör auf mit deinem Wurfmesser. Ich liebe das Wurfmesser, das ist so genial. Ich hasse das. Das bist sicher du, keine andere hättest so. Ähm... Okay, zwei Kills, dann muss ich auch quicks... Äh, dropshotten. So heißt's. Okay, wo gammelt der Penner rum? Wa... Was zum... Ähm... Wo war er? Etwas, wo du bist. Ich wette, ich wette, keiner an 20 Euro, dass du hier rumgammelst. Ja, da... Ja, da... Ich bekomme die 20 Euro. Ey, ich bin ja so ein Thrown, ne? Voll. Ja, da gammelt der. Haha, ich hatte recht. Kämpfei. Yes! Woo! War das ein Trickshot? Yes! Naja, äh, er war geil. Und ich wusste nicht mal. Ohne Witz. Gebt ihr den. Woo! Das war kein Trickshot. Ja, scheiß drauf, der war geil. So, Leute, das, ähm, naja, wir machen gleich, äh, da, ja, schön, smiley und so, ja, und, äh, ciao, ne? Ich beend mal die Aufnahme. Also, jetzt machen wir noch ein Match, ähm, auf Highrise. Das werde ich jetzt aber nicht...